Hallo! Oh! Sieht da aus dem Gesicht! So! Das ist mir der Racket! So! Das ist auch schon bei dir über Nacht. Wir können auch mit denen schreien. So, das ausprobieren möchte. Kommen wir jetzt in eine Rumpelkammer? Das geht nicht! Das geht nicht! Das möchte ich auch machen. Das will ich auch mal machen! Ich will das auch mal machen! Oh, die schöne Tinte wird hier versaut. Ich will mich auch mal faszinieren. Ja, gleich! Warte mal! Nein! Ich habe eine Idee! Was? Noch einmal so. Hier hin. Und da ein bisschen! Und jetzt kannst du... Jetzt ist es los! Nee, nicht! Ich mach nur was! Schmier, verschmier! Blut! Jetzt wird das alles verschmiert! Darf ich? Ja! Peter, können wir dieses Bleckpapier mit hochnähen? Das dauert ewig, bis es jetzt trocken wird. So, jetzt ist Schluss! Dürfen wir es denn haben, wenn es getrocknet ist? Ja! Okay! Schluss! Sag dir noch schnell Tschüss! Tschüss! Wie geht's? Tschüss! Tschüss! Sag dir noch schnell Tschüss! Tschüss! Ja, ich will.